Herzlich willkommen zu diesem neuen Bonuskiste-Video. In diesem Video soll es um die Eversale-Methode von Tahir Soab und Alexander Fertjushkin gehen. Die beiden haben es geschafft, eine Fähigkeit zu erwerben, mit der sie am Telefon vier- bis fünfstellig monatlich, die beiden sogar sechsstellig, verdienen. Sie zeigen dir, wie du diese Methode nutzen kannst. Das Ganze nennt sich Closing, hast du wahrscheinlich bei dem einen oder anderen schon mal gehört. Viel gibt es da nicht im deutschsprachigen Raum. Da gibt es den einen oder anderen Namen da draußen, der Strategien in dem Bereich verkauft. Tahir und Alex sind aber hier die absolute Elite im Closing-Bereich. Sie schaffen es regelmäßig unter anderem für Digistore Nummer 1 Marketer Christian Tucholsky Verkäufe im Wert von 25.000 Euro, 15.000 Euro und so weiter zu closen. Auch für viele andere sehr große Marketer, die größten Marketer im deutschsprachigen Raum, nutzen die beiden das Team von strategisch verkaufen, um Interessenten zu Kunden zu machen. Das heißt, Tahir und Alexander übernehmen quasi die Endberatung des Kunden. Wenn sich jetzt ein Interessent bei einem Unternehmen, bei einem Coach oder ähnliches einträgt, dann klären Tahir und Alex nochmal die letzten Fragen und schließen den eben schlussendlich ab, schließen den Verkauf ab und bekommen dafür 10 bis 30 Prozent Provision vom ursprünglichen Verkaufspreis. Das heißt, wenn das Ganze jetzt ein Produkt ist mit 2.000 Euro und sie bekommen 20 Prozent Provision, dann sind es beispielsweise 400 Euro, die sie da pro Telefonat, pro erfolgreichen Abschluss verdienen. Im Vergleich zu vielen anderen Closing-Ausbildungen hast du hier die Möglichkeit, für einen Euro zu starten. Anschließend kostet das Ganze 29,90 Euro im Monat und du bekommst hier wohl die beste Closing-Ausbildung im deutschsprachigen Markt. Wir schauen einfach mal in diesem Video rein und schauen, was die beiden hier anzubieten haben, um was es hier geht und wie die Eversell-Methode aufgebaut ist. Ja, bevor es losgeht, du kannst dir die Eversell-Methode und das Video von Alex und Tahir direkt über den Link unterhalb des Videos ansehen, bonuskiste.com slash Eversell. Wenn du dir die Eversell-Methode über den Link unterhalb des Videos sicherst, bekommst du meine Google-Bewertungsstrategie im Wert von 399 Euro kostenlos in der Bonuskiste dazu, wo ich dir zeige, wie du es schaffst, keine gefakten, sondern echte Google-Bewertungen an Unternehmen zu bringen, die beispielsweise in deiner Nähe sind, dich dafür bezahlen zu lassen, weil die Unternehmen durch diese Google-Bewertungen viel mehr Kunden bekommen, höher in der Google-Suche gerankt werden und so weiter. Ich denke, du kennst die Vorteile, wenn ein Unternehmen viele 5 Sterne Google-Bewertungen bekommt, diese kannst du den Unternehmen bringen und kannst dafür für diesen Service 500 bis 1500 Euro monatlich verlangen. Wie das geht, zeige ich dir in der Google-Bewertungsstrategie. Da kommst du kostenlos zur Eversell-Methode von Taha und Alex dazu, bonuskiste.com slash Eversell. Klick dazu einfach den ersten Link unterhalb dieses Videos und dann kommst du direkt zu der Seite. Ja, bevor wir jetzt hier direkt reinsehen, hier sind wir jetzt schon im Dashboard. Wie du hier bereits siehst, du hast hier erstmal die Eversell-Methode, hast hier die Möglichkeit, auf eine Platinum-Edition abzugraden. Dazu kommen wir später noch. Hier hast du dann eben einen persönlichen Support der beiden mit Zoom und Facebook-Gruppe für deine Ziele, kannst dich mit Gleichgesinnten austauschen und zusätzlich hast du noch die Möglichkeit, auf eine Reseller-Edition abzugraden, also deren Kurs auch selber zu verkaufen. Alles kannst du hier machen. Wir schauen uns aber in diesem Video die Eversell-Methode an. Ja, wie gesagt, unterscheidet sich durch andere Closing-Ausbildungen erstmal vor allem durch den Preis. Das Ganze ist viel günstiger. Du kannst hier für einen Euro einsteigen und hast dann ein Monats-Abo für 29,90, bekommst jeden Tag ein Video freigeschalten und so wird dir das Closing dann Schritt für Schritt beigebracht. Und das Ganze eben von Leuten, wo ich weiß, die haben mit den größten Marken dann im deutschsprachigen Raum zusammengearbeitet, arbeiten aktuell mit Christian Tucholsky zusammen, der hatte bis vor kurzem das Nummer 1 Produkt auf Digistore, die Smartphone-Cash-Formel. Die arbeiten mit Leuten zusammen, die unglaubliche Umsatzvolumen haben und sich somit nur die besten Verkäufer im deutschsprachigen Markt raussuchen, die ihre Coachings, ihre Produkte und so weiter dann eben closen. Wir schauen jetzt direkt mal in das Video rein und hier erklärt uns Taha direkt, ja, was es mit dem Kurs auf sich hat. Let's go! Hallo und herzlich willkommen bei dem Eversell-Konzept. Wenn du dieses Video hier siehst, dann möchte ich dir gratulieren. Egal ob du männlich, weiblich, divers, dick, dünn, groß oder klein bist, du hast die richtige Entscheidung getroffen. Und ich rede in erster Linie nicht davon, dass du dir den Zugang zu dem Eversell-Konzept gesichert hast, sondern davon, dass du die richtige Entscheidung getroffen hast. Und zwar, dass du etwas in deinem Leben verändern möchtest. Dass du den Mut aufgebracht hast, eine Alternative zu gehen. Und dafür darfst du dir erstmal selbst auf deine Schulter klopfen, weil die meisten Menschen ihre Träume aufgegeben haben und sich selbst Ketten angelegt haben, weil wir beide, wir haben alle eine Sache gemeinsam. Wir wollen nicht mehr den Durchschnitt. Wir wollen uns nicht mehr mit Durchschnitt zufriedengeben. Du bist hier, weil du nun diese Ketten sprengen möchtest, die alle anderen haben, angelegt haben und dafür suchst du einen Fahrplan. Du brauchst eine Anleitung, wie genau du das bewerkstelligst. Lass uns deswegen mal darauf eingehen, wie genau das ausschaut und was dich hier im Eversell-Konzept erwartet. Du bist zur Zeit motiviert, etwas in deinem Leben positiv zu verändern und deine finanzielle Situation aufzubessern, damit du das Leben führen kannst, welches dich erfüllt. Diese Motivation, die ist wichtig. Nur verstehe mich nicht falsch, es macht keinen Sinn, dass du dir ein Video nach dem anderen hier anschaust, ohne etwas umzusetzen. Genau deswegen wird dir jeden Tag ein neues Video freigeschaltet, damit du ausreichend Zeit hast, das Wissen auch zu verinnerlichen und anzuwenden. Und ich möchte dir vorab sagen, ja, in vielen Werbeanzeigen, die du von mir gesehen hast, die wir schalten, heißt es, dass du bis zu 265 Euro am Tag verdienen kannst. Fakt ist aber, dass viele unserer Teilnehmer über 350 Euro und einige auch weit über 500 Euro am Tag mit dem Eversell-Konzept verdienen. Ist das für dich realistisch, dass du innerhalb von 90 Tagen 500 Euro am Tag verdienst? Nein, nicht als Laie. Aber wenn du mir versprichst, dass du dir die Videos wirklich anschaust und auch umsetzt, dann ist es realistisch, dass du nach 90 Tagen anfangen kannst, zwischen 4.000 und 6.000 Euro im Monat zu verdienen. Und genau deswegen wird dir jeden Tag ein neues Video freigeschaltet, damit du eben genug Zeit hast, auch tatsächlich anzuwenden. Warum ist es mir eigentlich so wichtig, dass du mit diesem Konzept Geld verdienst und auch wirklich dein Leben positiv veränderst? Naja, ganz einfach, weil ich selbst weiß, wie deprimierend es sein kann, wenn man ein Leben führt, welches einen nicht erfüllt und weil ich gerne langfristig mit dir arbeiten möchte. Langfristig funktioniert eine Zusammenarbeit aber nur, wenn du wirklich erfolgreich bist. Damit kommen wir auch schon zu Punkt Nummer 2. Wir sind aktuell auf YouTube, Instagram und Telegram vertreten. Wenn du jemand bist, der es wirklich ernst mit seinen Zielen meint, dann abonniere diese Kanäle. Klar haben wir dadurch auch etwas mehr Reichweite, aber es geht darum, denn dort teilen wir immer wieder Wissen, welches für dich absolut relevant ist, um dein Leben positiv zu verändern. Diese Kanäle markiere ich dir hier unter diesem Video. Das heißt, unter diesem Video findest du alle Kanäle, die du abonnieren solltest und tu das am besten auch jetzt, damit du das nicht vergisst und immer auf dem Laufenden gehalten wirst. Ich möchte dir abschließend nochmal zu deiner Entscheidung gratulieren und dich um Folgendes bitten. Versprich dir selbst, dass du in den nächsten 90 Tagen wirklich entschlossen und motiviert bleibst. Fühle mal in dich jetzt hinein und spüre diese positive Emotion, diese Energie, die du hast. Wenn du mir deine Energie gibst, dann geben wir dir die maximale Unterstützung, damit du die beste Version deiner selbst werden kannst und dein volles Potenzial ausschöpfst. In diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video, wo es dann darum geht, was genau das Eversale-Konzept ist und wie du das für dich nutzen kannst. Ja, Taha hat das ja schon mal super erklärt. Wir schauen jetzt direkt weiter. Ich möchte auch gerne das zweite Video zeigen. Dann schauen wir direkt rein, was es mit den ersten paar Videos auf sich hat und worum es hier geht. Let's go. Hey, in diesem Video geht es um die Frage, die dich brennend interessiert. Was genau ist eigentlich das Eversale-Konzept und wie nutzt du dieses für dich, um deine finanzielle Situation positiv aufzubessern, um das Leben führen zu können, welches dir zusteht? Und diese Frage möchte ich dir anhand folgender Geschichte beantworten. Vorab, schau dir dieses Video jetzt bitte aufmerksam bis zum Ende an, denn am Ende werde ich die Bombe platzen lassen, wie dir alle Türen öffnet, um endlich finanziell erfolgreich zu werden. Schon mal, als ich vor sechs Jahren in die Selbstständigkeit gestartet bin, habe ich das Internet auf allen Portalen nach Möglichkeiten durchforstet, um mit dem Laptop oder mit dem Handy Geld zu verdienen. Ich habe damals bei Google, ich glaube, du kennst das auch, eingegeben, Geld verdiene im Internet und so fing alles an. Angefangen mit Trading, Online-Marketing, Amazon FBA, über Network-Marketing und was es noch nicht alles noch gibt. Und ich bin sehr, sehr offen zu dir und ganz direkt. Ich habe in den ersten drei Jahren über 100.000 Euro im Internet verdient, aber noch weitaus mehr Geld in den Sand gesetzt. Warum? Weil die Welt und vor allem das Internet verdammt schnelllebig sinkt. Dinge, die an einem Tag funktionieren, können eine Woche später nicht mehr funktionieren. Methoden, die dich in einem Tag über 500 Euro verdienen lassen, können dich am nächsten Tag wieder 1.000 Euro ins Minus bringen. Was hat das für eine Konsequenz? Du und ich. Wir beide haben im Internet angefangen, nach Möglichkeiten zu suchen. Nicht, weil wir super reich werden wollen, sondern weil wir ein Leben in Freiheit führen wollen. Freiheit heißt, dass man genug Geld verdient, um sich keine Sorgen über die monatlichen Ausgaben zu machen und dass man nicht mehr jeden verdachten Cent umdrehen muss. Sind wir doch mal ehrlich zueinander. Freiheit heißt, dass man verreisen kann, wann man möchte und wohin man möchte, ohne die Erlaubnis eines Chefs zu brauchen. Freiheit heißt, dass man eben nicht mehr 40 Stunden die Woche arbeiten muss. Aber die Realität ist, dass ich in den ersten Jahren weit über 80 Stunden in der Woche gearbeitet habe, weil im Internet immer wieder die Konstante und die Stabilität bei meinem Einkommen gefehlt hat. Und auch du suchst wahrscheinlich etwas, was dir langfristig, also über Jahre hinweg, ein monatliches Einkommen beschert, wo du dir nicht jede Nacht vor dem Schlafen gehen irgendwie Sorgen machen musst, ob dein Business morgen noch funktioniert. Genau deswegen habe ich mich vor drei Jahren oder nach drei Jahren hingesetzt und reflektiert, was ich anders machen muss. Und die Antwort ist im Prinzip so kinderleicht, dass ich mich ärgere, warum ich nicht eher darauf gekommen bin. Schau mal, im Internet herrscht aktuell eine Goldgriberstimmung. Das kann man jetzt nicht anders sagen. Immer mehr Menschen machen sich im Internet selbstständig und bieten Produkte oder Dienstleistungen digital an. Was meine ich damit? Ich erinnere mich noch daran, dass ich vor zehn Jahren, als ich einen Film sehen wollte, der ist damals neu im Kino rausgekommen, als ich einen Film sehen wollte, immer zu der Videothek bei uns um die Ecke gelaufen bin, um mir den neuesten Film auszuleihen. Und diese Videothek war so verdammt gut besucht, einer sehr, sehr guten Location, dass ich demjenigen, der mir gesagt hätte, dass diese Videothek in einigen Jahren Insolvenz anmelden muss, wahrscheinlich den Vogel gezeigt hätte. Fakt ist aber, dass wir jedoch heutzutage Plattformen wie Netflix und Amazon Prime haben. Jeder Film oder jede Serie ist digital auf deinem Laptop hier, auf deinem Tablet oder auf deinem Smartphone verfügbar. Und ganz ehrlich, wer könnte sich heute noch vorstellen, jetzt noch einige Kilometer zu einer Videothek zu fahren, nur um sich einen Film zu kaufen? Doch nicht nur Filme und Serien, die digital angeboten werden. Immer mehr Unternehmer und Selbstständige bieten ihre Produkte und Dienstleistungen digital an, weil diese wissen, dass Menschen heutzutage und vor allem in den nächsten Jahren immer mehr über das Internet kaufen werden. Niemand will den Zug verpassen, der in den nächsten Jahren mit Vollgas in Richtung Digitalisierung fährt. Und genau da setzen wir mit dem Eversell-Konzept an. Unternehmer und Selbstständige haben nämlich ein sehr, sehr großes Problem bei dieser ganzen Geschichte. Mehr Kunden wollen bei Produkten oder Dienstleistungen, die über 1.000 Euro kosten, nicht bloß mit einem Mausklick kaufen, sondern Kunden wollen bei einer größeren Kaufentscheidung beraten werden, und zwar von Menschen. Und je besser ein Mensch diese Interessenten berät, desto mehr Interessenten werden dann auch das Produkt oder die Dienstleistung kaufen und damit schlussendlich zu Kunden werden. Weil Menschen, die wirklich gut beraten können, nicht häufig zu finden sind, Unternehmen und Selbstständige händeringend danach suchen, sind diese auch bereit, einem wirklich guten Berater, und jetzt musst du gut aufpassen, bereit, einem wirklich guten Berater in der Regel zwischen 10 und 20 Prozent von dem Kaufpreis pro Kunden zu bezahlen. Eigentlich für dich. Angenommen, ein Unternehmen bietet eine Dienstleistung an, die 2.000 Euro kostet. Und jeden Tag tragen sich zum Beispiel 10 Personen bei diesem Unternehmen für eine Telefonberatung ein, die du dann führst, weil sie starkes Interesse an eben dieser Dienstleistung haben und noch zum Beispiel Details wissen wollen oder Fragen geklärt haben wollen, bevor sie kaufen. Wichtig, das sind keine Menschen, die du mit irgendwelchen Anrufen nervst oder bombardieren musst und diesen irgendwie penetrant etwas verkaufen musst. Das sind Menschen, die sich selbst eingetragen haben und um einen Rückruf von dir bitten. Angenommen, 5 von 10 Menschen, mit denen du sprichst, kaufen die Dienstleistung, weil ihnen deine Beratung gefällt. Und das sind übrigens absolut realistische Zahlen, die wir und Nutzer des Everset-Konzepts selbst jeden Tag ebenfalls erreichen. Also 5 Menschen kaufen die Dienstleistung für 2.000 Euro, wenn du 10 Gespräche führst. Und du bekommst eine Vergütung für deine professionelle Beratung von 10%. 200 Euro je Kunde oder auch 1.000 Euro an einem Tag, wenn wir von 5 Kunden sprechen. Und angenommen, du machst das 20 Tage im Monat, dann sprechen wir von einem Einkommen von 20.000 Euro im Monat. Ohne, dass du dafür jeden Morgen zur Arbeit fahren musst, ohne dass du dafür dein Zuhause verlassen musst, wo es egal ist, von wo du aus die Beratung durchführst, weil du nur dein Smartphone dafür benötigst. Und das Beste daran ist, so eine Beratung dauert zwischen 30 und 60 Minuten. Wir sprechen hier also von einem Stundenlohn von 200 Euro und mehr. Das ist das, was Ärzte nicht einmal an einem gesamten Arbeitstag verdienen. 20.000 Euro an einem Monat. Ich sage dir ganz offen, wir hatten Teilnehmer, die es geschafft haben, nach dem ersten Monat bereits über 20.000 Euro zu verdienen. Aber das lag daran, dass diese schon eine gewisse Vorerfahrung mitgebracht haben. Wenn du noch keine Vorerfahrung mitbringst, dann ist das überhaupt nicht schlimm, denn es dauert dann nur für dich etwas länger. Vielleicht nicht direkt im ersten Monat, sondern vielleicht erst im dritten Monat. Und ganz ehrlich, willst du überhaupt sofort 20.000 Euro im Monat verdienen oder bist du auch erst mal mit 10.000 oder 8.000 Euro im Monat zufrieden? Wenn ja, dann kann es für dich noch schneller gehen. Wichtig ist aber in allen Fällen, dass du motiviert mit uns und vor allem mit mir gemeinsam die nächsten 90 Tage durchziehst, wo wir dir Schritt für Schritt die Anleitung geben, wie du ein professioneller Berater wirst. Und sind wir mal ehrlich, ob es nun 90 oder 180 Tage dauert, bis du über 10.000 Euro im Monat verdienst, das spielt überhaupt keine Rolle, wenn wir mal der Wahrheit ins Gesicht schauen. Wer nicht bereit ist, mindestens 90 Tage an sich und seinem neuen Leben zu arbeiten, der hat es einfach nicht verdient, solche Summen zu verdienen. Ich meine, schau es dir doch mal an. Andere Menschen studieren 7, 8 Jahre und verdienen dann mit Glück vielleicht 3.000 bis 5.000 Euro, ob das jetzt Ärzte oder Anwälte sind. Auch diese haben mindestens 5 Jahre lang studiert, damit sie später einmal zwischen 3.000 und 5.000 Euro verdienen. Und hier nicht davon, dass du 4, 5, 6 Jahre studierst, sondern wir reden von 90 Tagen. Und schau mal, jetzt die Bombe, die ich platzen lassen möchte, damit dir wirklich nichts mehr in deinem Weg zu deinem neuen, finanziell besseren Leben im Weg steht. Wenn du die Tage mit uns gemeinsam durchziehst und dir die Videos anschaust und auch verinnerlichst, wird am Ende Folgendes passieren. Du wirst nach 90 Tagen eine Premium-Beraterausbildung mit dem Eversell-Konzept durchlaufen haben und heiß darauf sein, die ersten Beratungen zu führen. Auch wenn du jetzt vielleicht noch glaubst, dass es nicht zu dir passt oder du Angst davor hast, mit anderen Menschen zu sprechen, oder vielleicht bist du sogar introvertiert. Du wirst nach diesen 90 Tagen ein gesundes Selbstbewusstsein aufgebaut haben und auch genau wissen, wie du solche Gespräche zu führen hast. Warum sage ich dir, dass du selbstbewusst bist? Naja, weil ich selbst eben so ein sehr introvertierter und vom Grundsatz eigentlich sogar ein recht schüchterner Mensch bin, wenn ich ehrlich bin. Deswegen weiß ich genau, wie man aber diese Eigenschaften zu seiner Stärke in Beratungsgesprächen macht. Nach 90 Tagen wirst du dann mit mir oder mit jemandem aus meinem Team telefonieren, wo wir prüfen, ob du dir die Videos auch wirklich angeschaut und verinnerlicht hast oder ob du nur auf der Couch gelegen hast und zum Großteil diese Videos übersprungen hast. Wenn du dir die Videos angeschaut und verinnerlicht hast, werden wir dir die Möglichkeit anbieten, dass du von uns an Unternehmen vermittelt wirst, die deine Fähigkeiten der professionellen Beratung händeringend benötigen und welche wissen, dass du das Geld, welches sie dir dann zahlen, allemal wert bist, weil du das Eversale-Konzept durchlaufen und auch bestanden hast. Also, was für dich? Du durchläufst die nächsten 90 Tage die Videos, wirst dann von uns geprüft und wenn du die Prüfung bestehst, das heißt, bestehen heißt, dass du wirklich die Videos verinnerlicht hast, dann werden wir dir direkt die Möglichkeit geben, Geld mit deinem neuen Wissen zu verdienen. Und weißt du daran ist, dieses Wissen, das kann dir keiner mehr nehmen. Und mit der Zeit wirst du immer besser und besser werden, was sich natürlich auch in deinem Einkommen widerspiegelt. Und was meine ich mit widerspiegelt? Du wirst einfach von Monat zu Monat dein Einkommen weiter steigern können, weil du immer bessere Beratungen durchführst. Das heißt, du bist dann nicht nur von irgendwelchen dubiosen Systemen intern abhängig, weil du selbst das System geworden bist, das dir jeden Monat ein überdurchschnittliches Einkommen bescheren kann. Und keine Sorge, solltest du die Prüfung nicht bestehen, dann unterstützen wir dich weitere drei Monate und prüfen dich danach erneut. Solltest du dann nicht bestehen, obwohl du dich ins Zeug gelegt hast und wirklich nachweislich alle Videos gesehen hast, erstatten wir dir dein Geld restlos zurück. Und warum bieten wir dir das an? Weil wir davon überzeugt sind, dass wir wirklich jedem dazu verhelfen können, mit dem Eversell-Konzept professioneller Produktberater zu werden. In diesem Sinne, willkommen bei dem Eversell-Konzept und ich freue mich auf die gemeinsame Reise mit dir und darauf, dass wir uns in den nächsten 90 Tagen dann persönlich sprechen. Ja, ich denke, dazu wurde alles gesagt. Wie gesagt, du bekommst hier jeden Tag ein Video freigeschalten. Jeden Tag geht es eben um ein bestimmtes Thema. Geht direkt los hier mit Video 1, was ist eigentlich Closing? Video 2 Strategien. Das wird dir hier erklärt, wenn du noch nicht weißt, was Closing ist. Im Grunde gibt es ja zig Unternehmen da draußen, die vorzugsweise über das Internet ihre Produkte verkaufen möchten und ja, Produkte anbieten. Beispielsweise, sie haben ein Produkt, das kostet 4000 Euro und sie möchten das verkaufen, haben vielleicht eine Erklärung dazu im Internet, haben Interessenten, die sich für dieses Produkt eintragen. dann brauchen diese Unternehmen, suchen diese Unternehmen eben gute Berater, gute Verkäufer, die diese Interessenten in zahlende Kunden verwandeln. Das heißt, die hier die Endberatung zu diesem Produkt durchführen. Und diese Unternehmen, weil solche Berater und solche Verkäufer eben schwierig zu finden sind, sind bereit dazu, einen hohen Prozentsatz von dem Verkaufspreis, das sind 10 bis 30 Prozent, kannst du dir ausrechnen, was das bei 2000 oder 4000 Euro ist, an denjenigen zu zahlen, der diesen Verkauf abschließt. Und genau das ist dein Part hier, genau das ist die Eversell-Methode, genau das ist, was Taha und Alex dir hier lernen. Was ist Closing? Welche Strategien gibt es hier? Bist du bereit für deinen Erfolg? Bist du wirklich bereit? Hier sollst du einige Fragen ausfüllen, um dir da auch wirklich sicher zu sein, für dich und für das Team. Was du bei der Eversell-Methode beachten musst? Worauf solltest du achten? Was für Anfängerfehler machen viele? Was wird vielleicht von anderen in diesem Bereich geraten? Was aber nicht immer stimmt? All das klären Taha und Alex hier eben auf. Dann das Disk-Modell. Was ist das Disk-Modell? Eben eine Art Persönlichkeitstest, wo du eben siehst, ganz egal, was du für ein Persönlichkeitstyp bist, auch wenn du ein schüchterner Typ bist, wie du das Ganze nutzen kannst, als Verkaufswaffe, wie du das Ganze nutzen kannst, als Closer, als Verkäufer, als Ratgeber, um eben Produkte zu verkaufen. Video 6, Disk-Modell, der Entscheider, der Faktenbezogene, der Begeisterte, der Harmoniebedürftige. Wenn du diesen Test durchführst, dann bekommst du eben hier ein Resultat, was du für ein Persönlichkeitstyp bist und basierend auf dem kannst du dir dann dein Video ansehen. Zusätzlich ist es dann auch wichtig für deine Kunden, das heißt, je nachdem, was die für ein Typ sind, das lernst du, wenn du dich mit diesem Thema beschäftigst, sehr schnell einzuschätzen. Wenn du mit jemandem am Telefon telefonierst, kannst du, wenn du das Disk-Modell kennst, innerhalb von wenigen, ja, auf Sekunden sagen, was ist das für ein Persönlichkeitstyp und basierend auf dem kannst du dann das Gespräch weiterführen. Deine innere Einstellung bestimmt über deine Abschlussquote, wie die richtige Tonalität deine Verkaufszahlen massiv erhöht, also wie betonst du verschiedene Sachen, das wird dir hier erklärt. Video 12, Einstieg in das Verkaufsgespräch, was gibt es zu beachten? Du siehst ja, bei mir sind hier 12 Videos freigeschalten, jeden Tag wird hier ein weiteres Video freigeschalten. Insgesamt gibt es hier eben 90 Tage, das ist die komplette Ausbildung, dann bekommst du auch die Möglichkeit, ja, direkt Geld zu verdienen, du wirst da getestet, ob du das Ganze auch so quasi bestehst, da gehen die beiden sicher, indem sie dir wirklich jedes Thema ganz genau an die Hand geben, du bekommst dir auch ein Verkaufsskript mit und alles, was die beiden in ihrer Laufbahn gelernt haben, um mit die besten Closer im deutschsprachigen Raum zu sein, muss ich es nochmal betonen, wie gesagt, die Closer sind für die größten Online-Marketer, die es in diesem Bereich gibt und die nehmen nur die besten, da es da wirklich um viel Umsatz geht. Also von den beiden lernst du ja alles von der Pike auf für einen, ja, unschlagbaren Preis im Vergleich zu anderen Closing, Ausbildungen, hast du da alles für einen Bruchteil des Preises drinnen. Nochmal, hier geht es nicht darum, irgendwelche Produkte am Telefon irgendjemanden anzudrehen, sondern du arbeitest hier mit Unternehmen oder mit Coaches zusammen, die dir Interessenten, die sich bereits für irgendein Produkt eingetragen haben, dass sie sich dafür interessieren, die rufst du an. Darum geht es eben hier beim Closing. Das sind Kunden, die wissen schon, was ist das Produkt, die möchten vielleicht einfach nur mehr die letzten Fragen geklärt haben, haben vielleicht schon einen Teil des Betrages sogar bezahlt und möchten im Grunde nur mehr den letzten Schritt geklärt haben und die schließt du ab, dafür bekommst du eben eine bestimmte Provision. Wenn das jetzt beispielsweise ein Produkt ist mit 2.000 Euro und du bekommst, sagen wir, unter Anführungszeichen nur 10% Provision und machst nur einmal am Tag so einen Abschluss, machst nur einmal am Tag so ein Telefonat, das dann eben auch erfolgreich ist, bekommst 10% Provision, bekommst du 6.000 Euro im Monat. Das Ganze ist jetzt mit, ja, einem sehr geringen Volumen gerechnet und mit einer sehr geringen Provision gerechnet. Meistens bekommt man da so marktüblich 20% Provision, wenn man seinen Job gut macht, dann sind es die Unternehmen und die Coaches da draußen auch bereit zu bezahlen. Finde ich extrem geil, was die beiden hier aufgebaut haben. Im Team vom Strategisch Verkaufen ist auch Christian Tucholsky dabei, einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Online-Marketer, der unter anderem auch mit diesen Jungs zusammenarbeitet, der alles von den beiden Jungs quasi, ja, closen lässt. Du hast hier alles drinnen, was du im Bereich Closing brauchst, wenn du dich für dieses Thema interessierst, wenn du am Telefon Kunden beraten möchtest, Produkte verkaufen möchtest und dir dadurch komplett ortsunabhängig, komplett zeitunabhängig, ganz egal, wo du da bist, ganz egal, wann du das machst, ein Einkommen aufbauen möchtest, dann kann ich dir die Eversell-Methode definitiv empfehlen. Ist meiner Meinung nach so das Beste, was es im deutschsprachigen Markt zu diesem Thema aktuell gibt und wahrscheinlich auch das Günstigste. Ja, wie bereits erwähnt, du kannst dir die Eversell-Methode direkt über den Link unterhalb des Videos sichern, bonuskiste.com slash Eversell, so wie du es hier siehst und bekommst nochmal zusätzlich obendrauf von mir meinen Videokurs, die Google-Bewertungsstrategie im Wert von 399 Euro in der Bonuskiste kostenlos dazu. Da zeige ich dir, wie du dir ein Zusatzeinkommen aufbauen kannst, indem du Unternehmen die Dienstleistung anbietest, denen 5 Sterne Google-Bewertungen zu bringen. Das sind keine Fake-Bewertungen, das sind echte Bewertungen. Wie das geht und wie du denen so einen regelmäßigen Bewertungsflow, nenne ich es einfach mal, erstellen kannst, dass die immer wieder 5 Sterne Google-Bewertungen bekommen und ganz oben stehen, wie du dafür 500 bis 1500 Euro für ein Restaurant oder für ein Autohaus oder ähnliches verlangen kannst, das zeige ich dir in der Google-Bewertungsstrategie, kostet normalerweise 399 Euro, ist ein kompletter Videokurs, wo ich dieses Thema erkläre, schenke ich dir in der Bonuskiste kostenlos dazu, sichere dir dazu einfach die Eversell-Methode über den Link unterhalb des Videos bonuskiste.com slash Eversell, du kannst das Ganze jetzt mit einem Euro testen und dann kostet es eben 29,90 Euro im Monat. Ich wünsche dir alles Gute und viel Erfolg, wenn du Fragen hast, schreib sie gerne in die Kommentare und gib mir auch gerne Bescheid in den Kommentaren, wie das Ganze bei dir verlaufen ist, wie das Ganze bei dir aussieht und bis dahin.